Anders als Katharina Zell oder Argola von Grumbach mischte sich Vibrandis Rosenblatt nicht öffentlich mit eigenen theologischen Stellungnahmen in die reformatorischen Debatten ein. Dennoch hat sie durch ihre Handlungen, ihre Praxis, intensiv an den Auseinandersetzungen ihrer Zeit teilgenommen. Neben Katharina Zell war Vibrandis Rosenblatt in dem neu entstandenen Beruf der Pfarrfrau eine der Ersten. Und nicht nur das, sie war nach einer kurzen ersten Ehe nacheinander die Ehefrau von gleich drei bedeutenden Reformatoren, nämlich Johannes Oeckolampart, Wolfgang Capito und Martin Butzer. So konnte die elffache Mutter und Pfarrfrau der ersten Stunde auf ein äusserst bewegtes Leben zurückblicken. 1504 wurde Vibrandis als Tochter von Magdalena Strupp und Hans Rosenblatt in Säckingen geboren. Als ihre Mutter das neugeborene, kräftige Mädchen in die Arme nahm, sagte sie, Wie Vibrandis wollen wir sie taufen, wie eine der drei verehrten Jungfrauen, die eben heilig gesprochen wurden. Der Name wird meiner Tochter Segen bringen. Von ihrem Vater Hans Rosenblatt ist wenig bekannt. 1510 amtete er in Säckingen als Bürgermeister. Er war aber, da er als kaiserlicher Feldhauptmann in österreichischen Kriegsdiensten stand, die meiste Zeit von zu Hause abwesend. So auch bei der Geburt von Vibrandis. Wohl deswegen kehrte die Mutter mit ihren beiden Kindern, Vibrandis und Adelbert, ihrem älteren Brüderchen, zurück nach Basel, wo sie herstammte. Mit 20 Jahren heiratete Vibrandis, wurde aber bereits zwei Jahre nach der Hochzeit Witwe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017